Heyo Leute, willkommen zurück bei Risen's Rider Voters Wir sind wieder auf Tergurigua, zusammen mit Jafar und mit seinem selbstgebauten Fluss Hier haben wir auch ein ganz komisches Gebäude, was wir vorher noch nie gesehen hatten hier Okay, kann man irgendwie vielleicht mit einem Affen hier reinkommen? Einen Schalter betätigen von innen oder sowas? AUSCH! Krokodil oder Arigato, ja gesagt Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, weg hier, weg hier, weg hier Aua Okay, okay Weiß nicht, wo ich gespeichert habe Spielschnitt LAN Jetzt bin ich mal gespannt Ach, bitte nicht wieder auf der anderen Winsel Dann werde ich das alles nochmal schnell machen und dann Boah, das wäre ja nervig Wir haben noch gespeichert bevor wir losgefahren sind, oder? Dann sehen wir uns dann gleich wieder und ich werde das alles ein bisschen zu schnell zocken Dieser Alligator habe ich echt nicht gesehen und ich hatte ja drei vierter Energie und dann hat er mich zerfleischt Böses Vieh, böses Vieh Ah ja, wir befinden uns hier und ich werde es gleich machen, bis denn So Leute, da sind wir wieder, ich habe wieder vorgespielt, habe auch gleich gespeichert an der Stelle und wir werden ja jetzt gleich Krokodil erleben, da ist es Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier Autsch Autsch Wie schnell das attackieren kann Müssen wir auf Land gehen? Autsch Komm her, komm her, du kleines Biest Was sind wir hier eigentlich? Da ist der Lied Sehr schön So Gut gemacht, Kleiner Ich würde sagen, hast du schon wieder ihn ausgeraubt Schon was besonderes gefunden? Viele Dingis Aber kein Auriculgi Vielleicht später Ich hoffe bald Gib mir alles, was du gesammelt hast Gib mir alles, was du gesammelt hast Gib schon her, Kleiner Ne Muschel, okay Dann hat mich schon gewundert Wie jetzt? Ich habe es doch schon gemacht heute Ey, jetzt fängt es schon wieder an mit dem Laden Ja, eigentlich habe ich das schon vorbereitet Jetzt muss ich Krokodil nochmal erledigen Also er klaut wirklich bloß den Sachen aus diesen Opfern raus Die wir erledigt haben Vielleicht hat die Gegenstände vorbeikamen Hallo, schneller laden Ich war nämlich auch zeitweise so Dass ich das Spiel nochmal gespielt habe Oder bis zur Stelle gespielt habe Will ich es jetzt nochmal machen Jetzt ist kein Problem mehr los Ja, und das herrliche war, dass der Wie ist das Krokodil? An der Stelle, wo ich es gespielt habe Dann auch immer nochmal abgestützt habe Während der Ladezeit War die auch sehr genial Oh Gott Ja So Gut, dass wir hier überhaupt nicht treffen Und ich muss auf Land Darauf passen, dass er nicht auf jemanden stummen Griff macht Komm her, du Alligator Autsch Autsch Gott Gib mal drüber was Schnell Heilung Zack Schnell Ah Schnell Ach Gehs mir nicht weg Nun Verdammt Autsch Und nochmal Zack Zack ok keiner hat schon wieder glaube die... ne doch nicht die 10er wurde ich gerade so angeklappt nichts zu holen ich habe alles gesammelt danke ender so ich breche nochmal ab nervig ok jetzt aber jetzt können wir 1 und 2 weiterführen drüben haben wir noch so ein Vieh eine Geisterlinie ok oh Gott wie viele sind denn das bitte schön können wir vielleicht einlocken nehmen wir gleich alle zack aus zack oh mein Gott kommt noch der dritte an? ja komm hoch frau dich ouch jafar natürlich attackiert während der die krallen um hat dann ich kann mich attackieren ok den habe ich umgeschmissen ok jafar ist niedergeschmissen worden was haben wir denn hier? magibeere ok der eine liegt noch auf dem boden kommt schon wieder zurück wieder zurück geht wieder zurück geht komm schon zack genau den will ich abwischen ok ok so ok nein der auf dem rücken der auf dem rücken ok weg hier mein Gott zack wo ist los jetzt? nein der auf dem rücken verdammte mal ganze Zeit habe ich immarkiert aber dann auf dem rücken so ich weiß jetzt nicht dass wir gegen solche kleinen krabben nichts anrichten können komm schon riesen krabber hier jetzt ist er jetzt ok unser Kräner ist wieder aufgestanden oder was? oh god für alle leuten die schlecht schlecht wird davon so riesengraben mal gleich die muscheln mitgenommen hier war es hier war es ach der rollt runter ist die hauptsache gut speichern mal ab ok ok leute was haben wir hier? im dschungel wie denn da? so oh gott noch so einer komm doch näher zack 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 hier 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 ist er wieder tot oder was? aber er ist tot er ist schon wieder besucht worden ne ich höre ihn doch mal an die reichweite die reichweite ich hatte zack jetzt ok hier ja wow und nochmal und dich auch noch zack zack komm kleiner ja noch bleibt sehr schön durch die verteidigung durch geht auch jetzt schöner erfahrungspunkte nochmal oder hohen punkte nichts hat der schon wieder aufgesammelt ja kleine unterbrechung grad gewesen sorry ja wo gehen wir jetzt hier hin an ok da kommen wir wieder weiter in diesem gefilde ich wohne tatsächlich da haben wir ja diese kleine ruine aber die bringt uns anscheinend gar nichts das hier würde mich noch interessieren ich glaube so alte gemäuer und sowas sieht cool aus ich weiß nicht ob wir hier schon mal waren eigentlich aber die auch habe ich nicht gleich wieder gedacht dass die bestimmt irgendwo mal wieder aufbauen können wir auch eine Schatztruhe du musst ganz simple Viecher die wir echt nicht schnell erledigen können ok dann geht es nichts zu holen hier meine Schatztruhe wie gesagt Kiste Kiste so aufgemacht und mitgenommen Proviant und Perle sehr schön dann nochmal ja hier so und speichern Würzenschweine immer sehr schön komm schon hau auf Platz zack da sind wir getreten alter nebenverdamme so warzensschwein aufgesammelt hier auch nochmal aufgesammelt sehr schön ich sag das kommt wie hier haben wir auch noch warzensschwein ja normalerweise haben wir die auch mal alle ich die Viecher und hier liegt auch noch mal eine Schädeblüte ich schätze hier alle anderen da es sei denn das ist alles jetzt wieder nachgewachsen wundert mich nur ein bisschen ok ok ich weiß nicht ich weiß nicht wir brauchen auch noch was immer schon eine Proviereinstelle ok mitgenommen und einkassiert da genauso also was haben wir hier nochmal eine Würgerranke ich wundert mich alles gerade ein bisschen da unten waren wir auf hier waren wir auf jeden Fall schon hier liegt schon wieder eine Würgerranke das ist jetzt alles voller Pflanzen hier da nochmal ein schwarze Oleander das ist sehr merkwürdig was mir alles zu bekannt vorkommt Truhtähne gut meinetwegen das wir mal lieben oder ach die gehört niemand wilde Truhtähne so Proviantlieferer echt mal ich brauche ein Proviant so mal Goldklee mir echt mal interessiert wie viele da wiedergekommen sind von den Gegnern die Kiste schon wieder die noch gefüllt ist nochmal Grog und Gold könnte sein dass wir hier noch nicht waren an sich nehmen wir noch Pulver Mohn wow 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 ok wir speichern mal kurz ab wo ich gerne hin wäre gehen würde wäre einmal hier und einmal da oben hm hm gut wir gehen erstmal hier hin Spielstand wurde erstellt hey du ok jetzt bin ich mal gespannt was für eine Truhe war das hier nochmal oh ne sehr schön 30er Truhe die wir noch nicht geöffnet haben ah Mist und die hier da hin und genau so schön Goldbrücken ja alles nehmen auf jeden Fall dann war ich schon mach hier keine Dummheiten ok was go tschüss benehm dich hier ja ja und der Wein gibt uns nochmal einmal Proviant wundert mich dass ich den nicht hatte vorher echt mal denn das klaut man normalerweise ganz schnell vielleicht auch von neuen Sachen zu sprechen oder da wird der immer noch dasselbe hey Vasco die entlaufenden Sklaven sind Geschichte die entlaufenden Sklaven sind Geschichte wirklich das wird die Fuego interessieren pass gut auf da draußen ja du auch und ich würde mal sagen wir machen hier eine kleine Pause sehen uns beim nächsten Mal wieder bis denn tschau tschau